Hih, hih, hih! Hih, hih! Hih, hih! Hih, hih! Und damit begrüßen wir euch recht herzlich zurück zu einer neuen Folge von... Minecraft! Mit dem Kubus! Und dem hüpfenden Schnittelchen! Trellos! Hallo! So, wir wollen jetzt an unserer Windmühle weiterbauen, ne? Ja! Aber warte mal... Nein! Doch! Vielleicht! Ich brauche Erde! Warte! Ich bin mal eben kurz im Lager. Ich muss mal eben mein Inventar aufräumen und dann... Ich hole uns mal eben hier den Crafting-Table aus der Ecke. Dann können wir basteln. Ja, den brauchen wir ja jetzt. Sonst müssen wir mal hin und her rennen. Das ist ziemlich doof. Ja, das stimmt. Wir wollten ja eigentlich jetzt hier weiterbauen, aber wir werden das erstmal wieder abreißen, ne? Ja, weil irgendwie ist das... Ist voll doof. Ja, ist nicht so ganz wie... Du wolltest mit Podest und so, ne? Okay. So, ich sag mal... So, also was wollte ich? Erde wollte ich. Ich reiß das ab schon mal. Zweimal Erde. Okay, mach doch. Dung, 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 dung. So, da, ich zerstöre das Gebäude von den Schnitzelchen. So, alles tot, Mann. Alles tot. Und dann muss ich die Steine wieder neu brennen, ne? Ja, warte mal. Ich probier mal was. Ich guck mal, ob ich hier noch Feuersteine finde. Ja, weil wir könnten doch neue Pfeile gebrauchen. Wie ging das nochmal? Das kam nach unten und die Feuersteine nach oben. Hab ich recht? Ach, bin ich ne geile Sau. Ach, schön. Ich hab 61 jetzt. Du hast Pfeile? Ja, möchtest du welche abhaben? Ja, ich glaub, ich hab gar nicht mehr so viele. Ja, ich hatte noch, ähm, beim letzten Mal die ganzen Federn weggeräumt. Zwölf Stück. Mhm, 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 mhm. Ja, die hab ich mich jetzt wieder geholt, ne? Und dann, ähm, hab ich gebastelt. So. Lauf jetzt mal, Mensch. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergesse. So, hier stand mal eine Mühle. Oh, lustig. Guck mal auf den Boden. Man schickt den Kringel ja noch. Ja, komm, wir wollten das weiter nach vorne machen, ne? Ja. Sollen wir hier so... Hier so. ...doch wieder Erde hinbasteln? So, so, fünf, ja? Fünf hast du gemacht? Äh, ja, warte mal. Ich helfe dir. Und dann? Oh, alles gut. Was? Warte, ich zeige. Ich zeige. Eins. Zwei. Drei. Und dann wieder. Eins. Na? Geh doch mal weg. Ey! Okay, dann mach ich die andere Seite. Vier. Fünf. Eins. Zwei. 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 Oh, du hast verraten, was wir bauen. Führt mal grad ein. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Zack. Darunter. 안, inn? Sollten wir nicht vielleicht auch drumherum noch ein bisschen Erde machen? Drumherum Erde? Ja klar. Nein. Dass die wie so auf nem Podest halt stehen. Nein. Pass auf, was ich vorhabe. Die Treppen, ne? Ja, ich mach jetzt mal Treppen. Pass auf, und ich setz da jetzt Holz drauf, weil du wolltest nämlich den Sockel aus Holz haben. Habe ich recht? Oder stimmt das? Ja, genau, 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 genau. So, ich mach jetzt mal 1, 2, 3, 4, 10, Das ist aber jetzt doof. Da darf ich ja nicht umbrechen. Das wäre ein 12. Ich mach mal 16 Stufen. Flüsch. So. Das machen wir auch mal weg. Und dann mach ich mal Slappies. Ja, und nach vorne hin die Tür, ne? Also so zur Kirche gucken. Ich mach noch eben ne Tür, ja? Ja, zur Kirche gucken. Habe ich recht? Ja. Dann lass ich da nämlich frei. Holztür. Ich hab ne Holztür. So, pass auf jetzt. Und dann machen wir das wie folgt. Ja, schön machst du was. 1, 2, 1. Du scheißdingen. Oh, wie geil. Hast du aus Schwanzeichenholz gemacht? Ja. Ich hoffe, du hast noch ein paar. Oder reicht einmal? Hey! Wir müssen hier unten drunter was anderes setzen. Ja, das sieht man, ne? Ja, das machen wir noch. Warte. Warte, warte. Ähm, reicht ein Sockelholz hier? Oder wie hättest du es gern? Ja, ich... Ja, mach mal. Ja, weil ich hab jetzt noch 33 von 64. Zählen wir mal. Okay. Zug. Ich springe jetzt einfach mal hier rein und friemel mal die Erde weg. Was machen wir da hin? Hm, vielleicht auch Holz. Obwohl so viel Schwanzeichenholz haben wir ja gar nicht. Oh, doch, ich hab ganz viel. Ja? Oh, da hast du schon Watte? Warte, warte, warte. Ja, warte, dann würde ich... Guck mal, wie sieht das aus, wenn wir das machen? Ganz aus Holz unten im Boden. Ja, guck mal. Das sieht total geil aus. Ja? Gekauft. Gut, gekauft. Dann werde ich jetzt mal hier die Erde wegmachen. Die Tür ist auch schon drin. Sehr schön. Hey, warum machst du meine Tür weg? Hast du... Ja, ich muss doch hier das Holz warten. Du kannst doch nicht meine gute, liebende Tür wegmachen. Meine lieben, liebenden. So, jetzt darfst du deine Tür wieder dahin machen, du Weichei. Ja, ich meine, dann mache ich Ei. Ach so, hier hast du ja noch gar nicht. So, ja, warte, ich kann nicht hexen. So, ich glaube... Wie viele Stufen brauche ich denn noch? Nee, ne, da? Weiß ich nicht. Sag's mir. Ich probiere es einfach mal. Ich nehme mal 6,4 mit. 6,4? 6,4, ja. Das ist, äh... Hast jetzt schön gesagt. Herr 6,4? Herr 6,4. Ich hätte dir noch ein bisschen Holz. Wir haben wirklich, ich muss mal eben hier. Gib mir Holz. Geh mal weg da. Gib mir Holz. Geh weg. Gib mir Holz, denke ich weg. Au! Geh weg, ich will die letzte Stufe setzen. So, gib mir Holz. Jetzt geh da weg. So, fertig. Ist schön für dich, kriege ich jetzt Holz. Was brauchst du denn? Ach so, normale hier. Schwarz-Eichen-Holz. Nein. Habe ich selber. Ach so, Holz. Schwarz-Eichen-Holz. Ja, hier. Ach so, okay. Ja, danke. Bitte. Ich glaube, das sieht total cool aus. Er hat voll die extra Wünsche und kommt dann nicht in den Quark hier. Wollte ich dir den Arsch verhauen. So, muss ja auch mal gesagt werden. Ups, wegen der habe ich mich jetzt verbaut. Du bist das ihnen schuld. Ja, ja. Laber nicht. Genau, Schweine laber noch nicht. Das hast du jetzt nicht zu mir gesagt, oder? Nein. Ey, du sagst, ich muss vielleicht erst das Holste dahintun. Du Enes, echt, ey. Ja, du Enes. Ach man, du riechst mich auf, weißt du das? Du riechst mich voll auf. Was willst du denn? Du bist ein blöder Affe. Geh weg. So, hier, da ist Fenn. Was setzt du denn? Ein normales Holz und die Balken. Ja, die Balken. Ich versuche es auf jeden Fall. Was kann ich denn? Wenn du nicht in die Quere kommst. Ja, ich komme dir doch nicht in die Quere. Du musst mal ein bisschen schneller arbeiten. Ach, geh nach Hause. Große Fresse, nichts dahinter. Und sag mir, ich wäre ein Schwein. Das habe ich überhaupt nicht gesagt, dass du das bist. Immer mit dieser Aussage hast du das. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. So, fertig. Hast du schön gemacht. So, ich habe keine Steine. Mein neuer Spitzname. Miss Piggy. Höh. Du? Ja. Was denn? Achso, nee, das sah gerade so lustig aus. Hä? Hast du hier Slaps und da Stufen? Ja. Das sieht aber merkwürdig aus. Das sieht gut aus. Nein, das sieht merkwürdig aus. So. Merkwürdig gut, ja, ich weiß. Nein, weil, guck mal, guck mal. Hast du noch Steine? Ja, guckst du jetzt mal bitte auf meinen Bildschirm. Das sieht total gut aus. Ja, aber hier dann da auf einmal so, das ist irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann man das nicht? Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Pass auf, ich gebe dir Steine. Hier. Nee, die nicht. Hä? Warum nicht? Ich will normale Steine haben. Ja, normale habe ich nicht. Einen einzigen hätte ich. Dann baue mal einen, warte mal, warte, warte, warte. Baue mal einen Stein hin. Einfach vor mich setzen hier. Hier, einen normalen habe ich. Okay, danke. Das habe ich doch gerade gesagt. Warum hört ihr nicht? Nee, ich brauche noch einen. Du bist anstrengend. Ja, ich weiß, ich bin anstrengend. Da, bitte schön. Mach dir welche damit. So. Alles muss man hier selber machen. Ja, stopp. Haa. Irgendwann. So, fertig. Was hast du denn wieder vorher? Im Übrigen, es wird dunkel. Es wird dunkel, genau. Das machst du da. Warte mal. Und was hast du denn hier meine Stufe weggemacht? Jetzt bleibt mal geschmeidig. Ach, du willst dich anders. Ja, das ist schön. Ja. Okay, gekauft. Das ist die Schnittenart, verstehst du? Ey, das ist die Schnittenart. Ja. Blblblblblblblblblblblbl. Miss Piggy. Miss Piggyart. Ja, supi. Das gefällt mir besser. Ja, das ist gut. Hätte glatt deine Idee sein können, was? Ja, sowieso so. So, fupp. Aber es wird dunkel. Ja, das weiß ich doch. Ja. So, fertig. Haben wir jetzt alle? Das sieht doch besser aus. Das hier fällt sogar mir. Oh, ich muss dringend was essen. Echt? Mach mal. Sollen wir eben pennen gehen und dann basteln wir weiter? Ja, klar. Komm, das ist so. Vielleicht die Idioten hier wieder auftauchen. Oh, guck mal, da ist schon so eine gevertragte Stimme. Okay, ich stürte. Komm, Dick, ich muss mal eben mein Werkzeug hier rausholen. Mein Mordwerkzeug. So, tot. Warte, ich muss mal eben. Warte mal, ich glaube, ich habe Hallos. Wieso? Da, hinter mir. Was ist denn hinter dir? Bitte? Ein Zombie. Ah, so ein Thaddeus-Zombie. Ein Thaddeus-Zombie? Du, wir müssen da hinten noch Mauer ziehen. Ja, das werden wir auch noch machen. Warte, wir gehen jetzt erst mal schlafen. Komm. Also. Wir wollen ja jetzt hier, ne? Ja, wir müssen uns beidem. Wir müssen uns beidem. Nee, ich wollte eigentlich auf das Kommentar von Tommy eingehen. Wir trennen den Norden vom Süden. Genau. Mit der Mauer. Wo bist du denn jetzt? Ja, im Bett. Neben dir. Ach so. Deswegen war es so eng hier. Und weiter geht's. Alle, hinten brennen sie. Sie brennen. Dreck mehrere. Guck mal, guck mal. Er kommt, er kommt, er kommt. Wie weit kommst du denn? Komm, komm, komm. Bist du gemein? Komm, komm, komm. Da brennt auch noch einer. Komm, komm, komm. Oh, bist du tot? Können wir noch mehr? Manamana, buddy. Ey, cool. Hier ist einer mit einer Goldrüstung. Der brennt nicht mal eben. Oh, da ist einer im Wasser. Achte. Und? Da hinten ist ein Creeper. Komm mal her. Komm, komm, komm. Die Goldrüstung schützt ihn. Das wusste ich gar nicht. Also vor dem Sonnenlicht, meine ich. Oh, hier hinten. Stell dir mal vor. Hier hinten steht noch ein Skeletto am Baum. Guck mal, der pinkelt einen Baum. Baumtot. Was? Der Baum ist tot, weil er den angepinkelt hat? Ja, der ist tot. Schämen sollte er sich. Also reicht dir das jetzt mit dem Holz? Oder hättest du es gerne noch höher, holztechnisch? Nein, das reicht. Okay, dann mache ich jetzt hier mit Steinen weiter, ja? Ja, mach mal. Was war das? Was tut das? Das war ich, ja. Hast du Steine für mich? Dann helfe ich dir. Achso, welche nimmst du hier? Die normalen Steine? Nur gebrannt. Hier, warte. Okay, dann helfe ich dir. Ich habe hier welche. Ja, dann habe ich dir nochmal 62, äh, 264. Du weißt ja, was ich meine, ne? Ja, ja, ich verstehe dich auch ohne Worte. Ist ja auch nicht so schwer, ne? Supi. So, da liegen noch welche. Wolltest du die nicht eins hemmeln? Oh, ich habe sie ja schon. Ich habe sie alle. Oh, das wage ich zu bezweifeln. Halt die Klappe. Warum? Warum? Wie hoch darf es denn sein? Äh, warte mal. Also ich hatte mir sieben überlegt. Sieben? Das sieht irgendwie doof aus, oder? Ja, wir müssen ja noch Fenster reinbauen. Warte, ich gehe mal runter. Ich gucke mal von außen. Eins, zwei, drei wären das dann jetzt. Nein, das sieht nicht doof aus. Nee? Drei, mach mal noch eine drauf. Meinst du, das reicht so? Ich hatte sieben. So, Licht. Das wären jetzt vier. Da fehlen dann nochmal zwei. Ich komme gleich wieder. Oder wolltest du das teilen? Ich gehe mal eben töten. Ja, okay. Nee, noch nicht. Was ist? Bist du abgestürzt? Nein, noch nicht. Das ist gut. Ich habe mich gerade eben retten können. Das sieht echt gut aus. Ich mache jetzt höher, als du gesagt hast. Ja, mach mal. Ist das gut, oder? Ja, das ist gut. Ich gehe nämlich jetzt mal hier rüber. Ich glaube, das sind jetzt fünf, ne? Ja, das kann sein. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Und werde mal eben Ja? Ähm, die Mauer hier ein bisschen weiterziehen. Ja. Damit wir mal hier, du wolltest ja unbedingt den, den Wasserfall mit da drinnen haben, ne? Ja, bitte. Das finde ich so schön. Wie hieß du? Ja, wie hieß ich? Ja, künstlich angelegt vom Creeper. Aber schön. Tja, jetzt müsste ich nur Erde haben. So, die habe ich. Ich mache dann nämlich hier mal eben weiter. So, wie viele sind das dann jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Kann das sein? Wie sechs? Ich sehe das nicht so richtig. Warte, ich kann mal gucken. Oh, das sieht gut aus. Ne, ne? Kannst du so lassen. Ja? Ja, ist super. Ist wirklich super. Ich mache gerade hier Löcher zu. Wie komme ich denn hier wieder runter? Das tut sich schwierig, da runter zu kommen. Ich habe keine Erde mehr. Ich habe keine Erde mehr. Scheiße. Ja, ich muss mal eben hier weiterbauen, ja? Ja, mach mal. So, jetzt gehen wir dann hier hinterher. So, zack. Zack. Und warte, warte, warte. Also, ich wollte eine Decke ziehen. Soll ich das mit Slaps machen? Ja. Dann gehe ich mir mal eben welche basteln. Und ich glaube, oben im Lager hatte ich noch was in den Ofen geschmissen. Das war aber jetzt nicht gerade die Welt. So, guck mal, wo ich bin. Ja, wo bist du denn? Ich habe hier die Mauer bis hier vorne hingezogen. So. Oh, wie schön. Ja. Aber die muss höher, ne? Ja, jetzt sind wir mal mit der Ruhe. Nein, nein. Das war eigentlich eine Frage. Ja, das ist richtig. Weil ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Erde weg. So einen Graben mache ich ja immer dahinter. Und spielt. Damit die Fred Feuersteine hier nicht an unser... Oh, was ist das denn? Was ging? Hier ist ein Loch. Das war doof. Ja, ich glaube, wir hatten da mal irgendwie zugebastelt. Ja, jetzt muss ich hier wieder neu zugebasteln. Mhm. Okay. Hier sind voll die Löcher, du. 48. Nicht schlecht. Zack. Oh, zack. So, ich hau jetzt hier alles weg. Pause. Und dann zue ich die... Was? Pause. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Was? Pause? Nee, du sollst sie hauen. Oh, ich sollte vielleicht mal was mümeln. Dann können die Monsters nämlich nicht hier drauf. Das finde ich gut. Machen wir uns mal ein Steak in den Kopf. In den Kopf hinein. Ja, lecker Ofenkartoffel dazu. Hallo? Danke, geht doch. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Also ich habe nicht mehr ganz so viel. Da. Ja. Ich kann die Mauer gar nicht so hochziehen, wie ich das gerne möchte. Das ist aber blöd. Aber weißt du, was gut ist? Gleich nebenan haben wir die Wüste. Mhm. Und das heißt... Ich ziehe jetzt mal hier ein bisschen, weil die ja immer von hier hinten kommen, ne? Ja. So, mache ich jetzt hier mal noch in Höhe. Das heißt, du kannst dir neuen Sandbieselrohr geben. Oh, rüberlass. So. Das ist aber jetzt doof. Muss ich hier wieder weghauen. Ähm, wir bräuchten dann noch Leiter. Oder so. Oder wir machen eine Wendeltreppe. Müssen wir mal gucken, okay? Ja, genau. So. Gucken, ob keiner guckt, ne? Lass mich raten. Du hörst Krok. Ich höre Krok, ja. Wow. Der hat gesessen. Warum? Wem hast du denn eine gezimmert? Nein, ich bin auf die Mauer gesprungen. Ach so. Hat gescheppert? Nee. Ich versuche jetzt gerade nur so weit wie möglich das zu machen hier. Ich glaube, ich habe das falsch abgeschätzt mit den Slabs hier, was die Menge angeht. Echt? Ja. Ich hänge unter links. So, ich habe das jetzt hier ein Stückchen höher gemacht. Oh, ich muss dringend wieder essen. Ja, Schätzchenlein dann. Pfeif dir mal was rein, nicht? Mach ich. Aber ich muss die Mauer noch ein Stückchen höher setzen. Ich verhause jetzt. Ich verhause jetzt die Mauer. Ich verhause. Und da sagst du Pause. Oh shit, ich wusste es. Was denn? Naja, mir sind die Slabs alle gegangen. Ausgegangen sind sie mir. So, das ist jetzt die letzten. Das ist jetzt die letzten? Das sind die letzten 64. Das ist ja das letzte. Das ist das letzte hier. Ja, ehrlich. Wow. Muss mal gucken, komm, wie dir das gefällt. Ja, ich bastel mir eben ein paar Slabs und dann komme ich wieder. Oh, bin ich doof. Du hast doch da ein Crafting-Table hingewastelt, ne? Ja. Und ich habe es hier hin und her. Noch 15 Stück. Noch 15 Stück. Bitte, du dummes Möchchen. Also ich brauche Sand. Ich glaube, es wird wieder duster. So, das war es. Oder es ist einfach nur nebelig? Äh, nee. Wird wieder dunkel, ne? Ja, das kann sein. Ja, es wird langsam düster. Guck mal hier. Ich habe die Mauer noch höher gezogen. Oh, ja. Ich komme zu dir und dann machen wir eine Pause. Oh, ja. Das sieht gut aus. Ja, ist gut. Yes. Was? Ich komme zu dir. Nein, ich meine, ich hätte was gehört. Nein, das kann nicht sein. Doch. Wo ist Nilo? Hallo, ich bin hinter dir. Hast du das nicht gehört? Nein, ich habe das nicht gehört. Doch, ich höre Zombies. Siehst du? Hä? Die kommen hier bestimmt irgendwo aus dort. Unter uns bestimmt. Ich habe doch hier alles zugemacht, um die Mühle hier hin zu platzen. Komm mit, wir gehen hier rein. Und sperren uns ein. Genau. Da können die uns... Hallo, ich sehe nichts. So, zack. Äh, warte, ich hatte auch mal Licht. Können wir uns was von oben angucken? Ja, wie denn? Schlag mal weg. Ach so, ja. Schlag weg, ich bin ja schon oben. Kann ja nichts passieren. So, ich komme. Na, was sagst du? Sehr schön. Bin noch nicht ganz fertig. Sehr schön. Dann können wir die ganzen Spacken von hier oben gucken. Ja, ne? Hallo, ihr Vollhaus-Tipps. Ja, Idioten. Aber wir sollten uns relativ in die Mitte stellen. Ja, warum? Ach so, wegen den Skeletten. Die schließen sich ab. Das ist mir auch schon passiert. Oh, wenn es hinten wehtut, muss ich mal vorne aufhören. Da würde ich mir jetzt mal Gedanken machen, lieber Kubus. Ja, war ich gleich. Wir müssen jetzt Pause machen. Ja, okay. Lass mich eben hier zutexten. Oh ja, dann machen wir da wieder Holz drauf. So. Ne? Jetzt heißt es, ich so tut. Was hältst du davon, wenn wir dann hier so... Ja, bum, 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 bum. Genau. Gute bum, 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 bum. Jetzt brauchen wir uns hier so eine Festung. Warte, das mache ich noch eben schnell. Du hast recht. Warte mal, ich könnte dir helfen. Warte, ich bin ja jetzt schon fertig. So. Da habe ich einen Zug gebaut. Warte, was? Und da? Die muss ich wieder abbauen. Äh, kommt doch. Voll geil. Die unbesiegbaren. Die unbesiegbare Schnitte. Ey, ja, Spaß. Ach, da hinten laufen sie rum. Ach nee, das war dein Schatten. Danke. Guck mal, da hinten läuft nicht Spaß. Ach nee, das war die Schnitte. Habe ich auch verstanden. Ja, ja, ja. Schon in Ordnung. Ne, ist schön geworden. Ich mag dich auch. Ja, und unsere Monsterfalle da hinten, ne? Ja. Die wir ja, ach so, haben wir gar nicht erwähnt, ne? Die haben wir ja wieder, ähm... Richtig. Die haben wir in den Stand gesetzt. Genau. Was leuchtet denn da hinten? Wo? Guck mal da an der Mauer. Was ist denn das? Ach, das von der Kirche. Das leuchtet aus der Kirche aus. Einfach so. Ist das schön. Ohne zu fragen. Okay. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt einen kleinen Break. Genau, machen wir. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn die zwei Dollen hier die Windmühle weiterbauen. Bis dahin. Wir sehen. Und grün, grün, tschüss. währenddessen. Wir sehen.